So, hallo NBB meine Freunde, das war nur Raimo, die ich gerade besiegt habe zum Trainieren. Also ist nicht weiter schlimm, aber warum ich jetzt gerade jetzt in dem Moment einschalte, ist deswegen. Unsere kleine Fantasy wird sich jetzt entwickeln. Zu einer etwas größeren Fantasy. Oh, sie ist eine Fantasie. Hörst du? Aber, Jonathan! Hey, jetzt hat er aber einen Riesenkopf. Riesenkopf, Raimo. Ja, Raimo besiegt und Raimo bekommt. So, und jetzt nochmal, weil... Warte mal, erstmal heilen. Weil... War shit sonst so. Meine Pokémon sehen aus wie voll. Switch. 50, 50, 55, 40, 50. Süß. Dead Neko hat keine Liebe bekommen. Dead Neko bleibt auf dem Level, auf dem er ist. Weil der ist ja nicht Teammitglied, der ist einfach nur Zerschneider. Ich könnte ihn auch Cut nennen. Cut, cut, cut. So geht das nicht weiter. Ja. Jedenfalls... Beginnen wir jetzt, noch einmal gegen diese blöde Hexe zu anzutreten, die uns vorher weggehauen hatte wie Semmelknödel. Boom, boom. What the fuck is going on? What the fuck? It's EarthBrain. Go outside quick. Ja, das hatten wir schon. Du, 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 du. Okay. Baby, baby. Jetzt geht's los. Ein, äh, neuer gegen Hinawuri Tenshi. Ihr stärkstes Mon ist so stark wie meine ganzen. Also, über Psycho. Ne, sie war Erdbeben sehr effektiv. Ah, ja, schön, schön, schön. Das fängt also gut an. Hälfte? Ach, nicht ganz, nicht ganz. Donnerwelle. Arg, 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 eine Donnerwelle. Surfer dürfte nicht viel abziehen. Sag ich ja. Sag ich ja, sag ich ja. Come, Critical, man. Hm, Bubble Beam. Das schon eher, aber läuft. Noch ist kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge. 51. Ja, dieses Side-Track wollte ich gar nicht. Oh, Z-Tenshi, jetzt wird sie da fertig. Ich könnte, sag mir erst mal nochmal heilen. Ah, mach ich ja auch. Bevor ich, äh, ins, äh, krüppeln komme. Du, nico, mit deinem Schwert. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das hat keiner gehört. Jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Paralyse hier. Rianos Gau. Und jetzt ist der Ton wieder weg. Jetzt hören wir wieder nur... Ja. Bodyslam tot. So, es ist ein... Ich gehe mal davon aus, dass es ein Gesteinsmonster ist. Ich hoffe, mittlerweile sieht Shadow Ball mehr ab. Äh, ja, wieso trifft denn Erdbeben? Da werde ich nicht draus schlau. Ich bin ein Geistertyp. Erdbeben dürfte gar nicht treffen. Aber hast du ein Critical Hit und es hat fast gar nichts abgezogen, Rika, aber... Dann war's das. Wenn ich jetzt wieder verliere, ne? Dann muss das Special noch verschoben werden, weil... Ich kann mich jetzt nicht so hoch leveln, dass ich die weghau. Und dann sind die Arena-Leiter nur noch Butterkronen. Oder schön. Weil, geht ja nicht. Geht ja nicht. Konglusion. Oh, endlich mal daneben. Hoffentlich ist Konglusion sehr effektiv oder so, oder macht wenigstens ein bisschen Damage. Critical Hit. Ist also nicht sehr effektiv. Und das war's für Saku. Weil, so ein Erdbeben hält er nicht aus. Da nehm ich ihn noch nicht übel, weil Erdbeben ist Erdbeben. Das hält man nicht so groß. Äh, 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 äh... Kyo? Kyo. Ja, mit... Am besten mit... Ah, Mann, das nervt mich, dass die Musik jetzt weg ist. Ziemlich mehr reden. Aber Kyo ist schneller als Tenshi. Dü-dü-dü-dü-dü-dü... Und jetzt kommt Rockslide. Das gibt ein Derbe auf die Fresse. Ja. Aber vielleicht kriege ich jetzt der Tenshi noch Down. Das wäre wunderbar. Mit Fantasy. Das wäre witzig. Äh, PVG-Needle. Nö. Nicht mit Fantasy. Das ist sehr effektiv. Und Kyo ist schon gestorben. Ach, und das soll noch ein Critical Hit. Das ist ein sehr effektiver Critical Hit. Ja. Ja. Jetzt ist Koffer nur noch da. Und der ist auch nur noch 5 Level. Das ist beides, äh... Dann mach ich doch mal den hier. Den kenn ich noch. Den hab ich noch gar nicht eingesetzt. Zum Ende ist der sehr effektiv. Und damit hätte ich die ganze Zeit gewinnen können. Zack. Boing. Nicht mal ein Kratzer. Boah, die Slam könnte er überleben. Sauber. Hm. Ja. Ja. Es läuft doch. Es läuft doch ganz gut. Würde ich sagen. Nicht. Es läuft beschissen. Seien wir ehrlich. Es läuft beschissen. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch noch paralysiert. Richtig. So läuft das nämlich. Und, äh... Ja. Das ist scheiße für mich. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Weil ich jetzt... Natürlich kann ich jetzt nicht angreifen. Das, äh... Kennt man doch. Hab ich nicht irgendwas, was mich heilt? Verdammt nochmal. Fressekacke. Ne, hab ich nicht. Eine Potion. Zwei Potions sogar. Oh yeah. Oh yeah. Ich konnte mich nur mal hochreilen. Body Slam. Tot. Tja. Koppos in Faction made. Was? 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 Das heißt, ich muss ihn als erstes ein... Einmal versuche ich's noch. Einmal versuche ich's noch. Das ist jetzt schon das sechste Mal, dass ich gestorben bin? So, aber jetzt. Donnerwelle macht nichts, Donnerwelle macht nichts, das Erdbeben. Ja, ihr seht mich hier verlieren mit einem OP-Team. Dieses Spiel ist richtig abgefuckt, jetzt mal ehrlich. Ich kann mich ja auch nicht heilen. Alles, was ich machen kann, ist Damage raushauen. Und hoffen, dass ich auch Damage weiterhin raushauen. Ja, super. Zeig mir doch, dass viel Trouble um Raymo oben ist. Das ist super, wenn ich während der Aufnahme bin, dass es mir heute schon zum zweiten Mal passiert. Danke, Spiel. Ich meine, danke, Camtasia. Du bist der Beste. Du bist einfach toll. Will she have changed Boneka? Yes. Und zwar auf Koffer. Der keinerlei Damage macht, aber die Chance hat, sie zu verschläfern. Und, äh, das ist sehr gut, weil sie nur Bodyslam gegen ihn einsetzen kann und ich Sonic bombe und nichts damit abziehe. Puh. Auf der Hoffnung, dass sie vergifte. Das wäre Wunder. Ah, jetzt habe ich sie paralysiert. Das ist natürlich auch was Gutes. Das ist natürlich auch was Gutes. Ja, nee, Koffer lasse ich noch sterben. Signalbeam. Habe ich alle Attacke mal nie ausprobiert, um zu sehen, welche den meisten Schaden macht. Und ich muss sagen, Koffer, du bist so nüchzlos wie dein Name. Du hast Brennan soeben abgelöst. Auf Level 55 gegen ein Level 50er Monster so eiskalt zu verlieren, das ist schon eine Kunst. Mal ehrlich, das ist eine Kunst. Ja, jetzt kommt das Mal Lucy Line hervor. Lucy Line, schieß dir ins Bein und kau dir eine rein, Lucy Line. Shadow Ball in your face, aft, äh, Ted, Tentybrain. Erdbeben und das ist, das ist, erdbeben, das ist vollbeschiss. Ich versuch's nur mal mit dem Ariel Ass, weil ich hab's noch nie aus, wenn das sehr weg. Ich wollte aufhören, Sachen zu probieren. Und wieso kriegst du eigentlich, äh, nun paralysiert? Ich muss gewinnen, verdammt, das bin ich meinen Fans schuldig, die ich nicht hab. Leute! Es wird schlimm. Es wird schlimm. Beingmütiger. Boom. Oh, Mensch, geflincht. Meine Lage verbessert sich gerade. Ich hab noch eine Chance zu gewinnen. Hätte sie denn jetzt paralysiert gewesen wäre. Erdbeben müsste nicht worden hätten. Erdbeben worden ist nicht. Ich habe noch übrig von meinen Monstern. Skao, was positiv ist. Und jetzt auf der Hoffnung... Baby J. Needle. Hehe. Witzig. Witzig Fantasy, aber du bist doch noch 10 Level unter und runter. Ja, aber den müsste ich doch noch down kriegen, Leute. Den müsste ich doch noch down kriegen. Und das sogar mit einem Bad Mäkling. Ich muss Gauf in seiner Paralyse heilen. Das hat oberste Priorität. Nicht das Monster zerstören, sondern... Weiß schon. Möchtest du mir sagen, ich habe keinen mehr? Möchtest du mir sagen, ich habe keinen... Äh... Abgefuckten... Oh, liebe Heelme... Hehehehe. Ich hab keinen Paralyse heen mehr. Geht der Heelme schruben? Natürlich nicht. Geht der Wegmarschruben? Geht hier irgendein Marschruben? Bin ich vielleicht... Ja. Gute Nacht. Ich bin gefickst. Ich bin gefickst bis zum Boden. Dann heile ich Saku wenigstens nochmal. Und 20. Sie wird nie paralysiert. Warum? Warum? Ja, denkst du, Saku kann alleine zwei Monster mit Paralyse töten? Das Monster zählt ja nicht. Das müsste er noch down kriegen. Hoffentlich. Ja, siehst du? Hat er verdient. Jetzt kann ich wahrscheinlich... Endlich. Wenigstens. Wenn Saku eingesetzt wird, ist die Musik weg. Lieber Hex. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Noch mehr Z-Monster? Oh ne, nur ein E-Tenshi. Ist ja gar nichts dabei. Äh, ich dachte, ich hätte Erdbeben eingesetzt. Ja, ja, gute Nacht. Ne? Das Special wird auf weiteres verschoben. Ich mach erstmal Major Bob. Guck, welches Level Major Bob hat. Um dann zu entscheiden, ob ich vielleicht trainieren kann. Und mittlerweile, glaub ich, hab ich auch mein komplettes Geld verloren. Während dieser Versuchsreihe. Ich guck jetzt mal nach. So, erstmal Memo, lass mal speichern. So, jetzt Backpack, äh, Quatsch. Schia. Komm, du schiffst noch 54 km. Hier verliert man nicht die Hälfte, wenn man stirbt. Ja. 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 Genau. Es läuft so, wie es nicht laufen sollte. Nicht wahr. Nicht wahr. No, checkt das da. No, checkt das da. Wieder zurück. Glaub, hier war das ja irgendwo. Ah. Ja, Leute, ich mach hier so lange wieder Pause, weil das ist unmöglich zu sehen. Und da bin ich wieder, weil ich auf der Suche einfach nicht klarkomme. Ich hab mich dabei aber Bälle mit, das heißt, ich fang das Shiny-Ding. Shiny-Shyny, ne? Shiny-Shyny. Das ist mein viertes Shiny. Ach, du scheiße, epic. Fucking, fuck, epic. Wieso hab ich kein, äh, Shiny-Saku? Ich bin ein Shiny-Saku. Ja, der kann machen, was er will, der kann nicht alles sagen. Na, siehst du? Ich nenne es natürlich... Ach, das wäre ein P. P... S... Shiny. Nicht Schind. Shiny. Ich hätte es auch Shiny nennen können, wie die Band. Daran hab ich mir jetzt gar nicht gedacht. Jedenfalls, gefangen ist gefangen. Und gefangen ist gefangen. Ja, Pause. Ja, ich bin übrigens immer noch Helferin, das schon gefangen seit einer halben Stunde. Ich komme auf diese Scheiße nicht klar. Und treffe schon wieder so ein Ding. Weißt du was? Man kann nie genug Scheinens haben. Kann man nicht, nein. Und deswegen will ich den haben. Auch wenn mir meine Bälle ausgehen. Oh, dass Gau stirbt. Wie es gerade dann aussieht, dass Gau stirbt, bevor die gefangen wird. Gau! Ja, jetzt haben wir ein Problem, weil wenn sie die Werte wandeln, dann... Ja. Vor Angst vor Kyo ist er direkt drin geblieben. Oh, das ist ein U. U. Pass auf, ich bin jetzt Shiny. Shiny. Ja, die müssen so beschrieben werden. U, Shiny. Mahan, weiter geht's. Dö, 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 dö. 2,0. Achso, ich hab die Aufnahmen noch laufen, ne? Ja, warte, ich mach die gleich aus. Man sieht ja auch überhaupt nicht, wie mein Mauszeiger da schon wieder mitten im Bild rumhängen. Wo ist denn der Scheiß, maan? So ein Opfer. Wollte ausmachen. Ich wollte ausmachen, Mann. Ich bin den ganzen Raum langgegangen. Da ist keins, äh. Ja, man sieht sich dann gleich. So, Leute. Wir stehen vor der Arena, wir gehen rein. Nein, ich darf keine Zeit verlieren. Aber wir sind auch schon wieder 16 Minuten um. Wie gesagt, dass die Arena offensichtlich kriegt. Ich muss ja auch noch dieses Scheiß-Spiel spielen. What the fuck, IQ? Die Sonne. Nein, nicht Konfusion, Erdbeben, junge Erze. Ich hab gegen deine, äh, Überform gekämpft, Mädchen. Ähm, du bist... Du bist... Ich will ja nicht hätten, aber du bist 43. Ich hab's schon zu tun gehabt mit 50er-Monster. Wenigstenswert ich bei Dieter Arena nicht mehr so... Wie ich sehe, hatte auch diese Überform von Echo. Nicht mehr auch holen könnte, da ich, äh, die Maus immer noch ein Bild. Ja, ihr habt doch wahrscheinlich immer wieder die Maus immer noch ein Bild. Du, charge, das tut weh. Das tut weh. Voll auf die Nuss. Achso. Ja, da wird nicht mehr dazu kommen. Das ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, ich denke mal, Major Bob hat auch sowas wie E-Marie oder so. Weil, kann man sich ja denken, ne? 52. Hahaha, ah, 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 schieschuhschmiese. Haha, ich raste aus, ich raste aus, Mann, ich raste aus. 52 Level hat's gedauert, ey. Hahaha, ja, Daku ist endlich vollkommen. Ja, haha, auf die Fresse. Jetzt krieg ich die eine auch dauernd wahrscheinlich. Mit, nur mit Kommission hier, ey. Fucking, fucking awesome. Fucking, fucking awesome. Jetzt haben wir den Ausraster hoch. 3. Folge, nenn ich Psychokinese. Ja. Die Folge, nenn ich so Problem. Problem. Switch. Skoushen wie der 52 und die andere nur 50. Und von mehr. Die beiden Kämpfe mach ich noch. Dann heißt, nächste Part, äh, suchen, suchen, suchen und alles versuchen. Eh, Lunachai, aus Shadow Ball, kein Effektiv, ach nee, Quatsch ist der Donner. Oh, das hat Wege zu haben, ich hab mir, aua. Aua, aua, der hat mich mit Donnerblitz verworfen. Vielleicht dauert's Back here auch nicht mehr so lange, dass die Donnerblitz da lernt. Aber ich möchte nicht Donner, weil Donner eh nicht trifft. Weißt du, kann ich nicht gebrauchen, den Schick. Äh, Lucy Line, Lucy Line, komme rein. Ich hau dich ab und dann rein. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Shadow Ball und Shadow Boo. Und dann hau ich diesen Kopf zu. Oh yeah. Natürlich geh ich mich direkt wieder heilen, das hat das keinen Sinn. 51, oh guy. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du class. Du kleiner Dwayne, ach, ich brauche nicht zuhause. Ich habe auch noch so, in Jamaica. Uh, hier. Switch. Ja, und dann noch du. Dann hat sie bestimmt den Drekomertio auch, aber ich bin die Bessere, weil Kiyo alle uns. Learning, but it failed. Ärgerlich, dass es failed. Oh, sie kriegt auch fünf vier Fuß. Ja, das wird ein rasantes Match, Zwinker. Ja, läuft scheiße. So, noch deine Accurality-Marsch. Oh, was ist Zwift? Zwift kann ich mich daran erinnern, als wäre ich als gestern gewesen, das hatte ich auch und es war wirklich schön. Das hat mich Zwiftig gemacht. Ey, komm, Tio, meine Fresse. So, danke, weil ich musste ein bisschen Druck machen. Das heißt, wir sehen uns nächsten Part, Leute. Ich liebe euch und bis morgen. Bis nachher. Bis gleich. Stopp.